Musik So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobyl Tag 19 Mal gucken, was so geht. Eigentlich möchte ich mir mal die Tafel anschauen, wo die Überfälle... Geil, wir hatten es ja so geil mit den Lichtern gemacht, ne? Sieht schon gut aus. In letzter Folge hatten wir richtig heftiges Chernobyl-Lead-Unwettersturm gehabt Mh, jetzt... Da bin ich ja mal gespannt, was das für Ratten sein werden Bestimmt hier in den Bäumen, ja, wir hatten in der letzten Folge wunderschön hier mit Licht gemacht Ich finde, das sieht sehr geil aus, irgendwie Ja, wir müssen noch ein paar Items einsammeln Kommen wir hier so durch, wa? Habe ich das nicht mal zugebaut? Ja Nicht doof Ähm Dieses Dings, dieses, dieses, dieser Qualm, ne? Den finde ich so ein bisschen merkwürdig Und ich wüsste, ich hätte gerne noch mehr Sachen gebaut, ich, diese, diese Erinnerungsdingens Wieso habe ich den nicht? Ich weiß nicht, wo der ist Warte mal Was ist denn das hier? Was ist das hier? Das ist ja genau das, was wir hier schon haben Wir haben ja schon Das, genau Ich finde das nicht mehr Das ist auch alles so versteckt, ich schwör Das sind ja die Luftwäschegeräte Ja, aber da sind die ja alle total mit zufrieden mit unserem Luftwäschekram hier Aber ich finde das nicht mehr Ich hätte das so gerne mal gehabt Diesen Erinnerungsneutralisator-Bums-Dings Ja, ach ne, das ist das Labor Das ist das hier, ne? Ne, das ist es auch nicht Ja gut, da führen uns Kräuter und Pilze zu Rollbieger Was ist das denn? Industrie-Schredder Chernobyl, das ist genau das, was wir hier haben Dieses Labor, genau Und das ist eine Strahlungskammer Dafür fehlt uns Pilze Was? Strahlungskammer? Wofür ist die denn? Um deine Körper sofort Und wenn du Nein! Warum soll ich mich denn töten? Nee, danke Voll fürchterlich Hör mal Das ist Schrofflitten-Kaliber-Bumsen Teilchenbeschleunige Haben wir nicht ein Teilchenbeschleuniger irgendwo rumstehen? Nee, den haben wir nicht Und es fehlt uns immer Kraut und Dings dafür Railgun-Kalibrier-Wackzeuge Was fehlt uns denn dafür? Achso, hab ich schon Na, wo das denn? Müsste ich doch aber Railgun? Okay Und was ist das? Industriehofen, ja, das ist Blödsinn Und alles so durcheinander, ne? Also ich komm hier gar nicht drauf Klar Und hier haben wir natürlich unser Shit hier Versteh ich grad nicht Ähm Teilchen Warte mal, was hat sich Railgun-Bumsen-Dingsen? Wo soll das denn bitte sein? Diese Railgun-Wackzeug Werkstation da Wo ist das? Ich verstehe manchmal gar nicht Wofür die Dinger sind Wenn man die nicht nutzen kann, ne? Werkstation Was haben wir denn da? Ah Ah Wusste ich gar nicht Dass wir das haben Okay Today Das sind unsere Dingens Was haben wir hier? Das sind unsere Klamottensachen, ne? Ja, cool Aber Es fehlt doch dieses Änderungsbumsen Schieß mich tot Wumsen Warte, lass uns mal ganz kurz Ein paar Motivationen herstellen Ich hab das Gefühl Dass wir jede Menge Schießen müssen gleich Was ist das? Verbesserungsstation Was kann ich denn da verbessern? Das ist jetzt ja super Und dann? Ich herstellen Was? Toll Gut Gut gemacht Klasse Genau Das ist Dings Das ist Dings Aber das wäre doch Dings Oder nicht? Das ist für die Ah Da muss ich wahrscheinlich Eine Railgun erstmal finden Was? Okay Hatte ich denn Die 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 Total fertig? Ja Ja Das hatten wir geändert Griff Haben wir den geändert? Ja Haben wir geändert Tatsächlich Was ist das? Den Lauf Haben wir den geändert? Haben wir den nicht geändert? Wieso nicht? Macht mir Schaden Dinger Was mit einem Schalldämpfer? Ich geh mal kurz Kräuter Enten Moment mal Warte mal Wir haben doch Dieses riesenlange Ding Hier Klar Natürlich Welchen haben wir denn jetzt Hier Vom Lauf Das ist das erste Genau Richtig Gleichweite Würde sich erhöhen damit Aber das ist ja den Den wir haben Ne? Mit Schalldämpfer Oder nicht? Was ist das denn? Ne den haben wir doch Den haben wir doch Blödsinn Totaler Blödsinn Das ist doch Scheiße Gequillte Okay Genau Da haben wir auch Ich glaube den hatten wir Komplett gepimpt gehabt Da müssen wir gar nichts mehr tun So Rattenkönig Okay Kümmern wir uns Den Rattenkönig La 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 Okay Team mit lieber Drei von fünf Wechsel gehalten Da fehlt also auf jeden Fall noch einer Die Olga kriegen wir nicht mehr Und ich hoffe dass die Olga Sich uns da nicht Irgendwo nochmal einen Weg stellt La 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 Ido ist gut drauf Ja So Roter Wald Ja Nehmen wir ihn hier dafür Der ist dafür prädestiniert Der kann das So Mirka Was Wer macht denn jetzt Was jetzt hier eigentlich Den Genau Der macht den Vogel Und Zentrum von Pripyat Tja Tut mir leid Olivier Der kommt Der ruht sich aus Jetzt haben wir Ja komm Müsst ihr alle mal durch Ne? Ja Warum Tarracan обратился за помощью к тебе Он здесь давно Наверняка есть другие готовы выполнять его поручения Он знает о нас с тобой больше чем говорит Будь осторожен любимый Goodie 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 So Bin wir wieder da auf dem Schirm Ja 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 So Ich hab nochmal so geguckt Ne Ich versuche immer ein bisschen anständig zu sein Bei den Oh ja Na klar Natürlich ist Ja alles Voller Qualm Äh Bei den Streams Nicht so Behindert Zu sein Und so Entschuldigung Ich hab den Ausdruck Jetzt gerade Benut Aber Ganz im Ernst Wenn ich mir So zum Beispiel Den Kalle Angucken Ihr steht drauf Ihr steht drauf Und Leute Abspatten Das hab ich gelernt Überall Schirm Aber Lieb Mann Wack Wack Da Schlürf Gib mir Her Das Zeug Nehme Mit Revolver Motivation Nehme Mit Was Das Alles Nur Für Nichts Revolver Schalldämpfer drauf Ernsthaft Ist das Jetzt Megarevolver Die Ich Gefunden Hab Oder Ach guck mal Der ist Auch Gepimpt Hier Ich weiß Gar Nicht Mehr Welcher Welcher Ist So Ist So Okay Hier ist Auf jeden Fall Gas Verstreit Wurden Ich frag Mich Warum Machen Die Leute So Etwas Habe Ich Nicht Eine Schnell Welt Teste Dafür Nein Sieben Es Ist Die Sieben Licht Oh Hier Gehen wir Ganz schnell Wieder Raus Gucken Mal Wie Unser Leben Feld Dabei Nein Wie Hatte ich Das Denn Nochmal Weg Gekriegt Also Hier Sind Wir Verkehrt Dabe Das Okay Gehen wir Längst Wie Hatte ich Das Mal Weck Gekriegt Ach Ne Wie War Das Doch Mit Medi Ich Weiß Das Nicht Mehr Wie Ich Das Weg Gekriegt Hab Verletzten Dass Ich Da Keine Änderung Mehr Dram Hab So Da Mit Nehmt Da Kann Es So Viel Radio Aktivität Geben Das Muss Sein Hier Ist Auch Hier Heftig Machen Ich Habe Unsere Ski Hier Geben Gut Gut Das Was Momentchen Pompentchen Was Ist Denn Das Alles Oh Digga Das Lass Ich Nicht Liegen Auf Gar Kein Fall Scheiße Wer Ist Er Denn Das Lieb Für Kacken Das Verspricht Euch Davon Ja Und Hier Sind Überall Die Items Aller Die Tatjana Ist Doch Mit Ihre Gitarre Dazu Gangen Oder Nicht Dadjana Wo Müsst Heißt Hier Nicht Die 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 Frau Von Gronk Tatjana Heißt Nicht So In Wirklichkeit Wie Sie Gleich Noch Ja Ich Hab Mich Verlaufen Pandora Glaube Ich Ne Pandora Weiß Ich Nicht Weiß Ich Nicht Ist Belanglos Aber Oh Mann Wie Komm Ich Hier Wieder Raus Hier War Noch Eine Tür Wo Ich Durch Gangen Bin Wo Ist Die Denn Auf Einmal Hin Hier Zu Gemauert Nee Achso Ja Die 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 Einfach Überall Diese Mist Viecher Aufpassen Das Das Da Hat er Hingerotzt Wo Ist Wo Ist Er Da 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 Scheiße Er ist Nicht Tod Verreck Ah Au Sohn Der Verschwindelt Auch gleich Automatisch Alter Warum Kann ich Mein Leben Nicht Weiter Aufpimpen Wie War Das Dann Nochmal Gleich Ach So Mit Essensration In Der Base Psycho 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 Ja, kacken. Wenn das so weitergeht, die machen uns kalt. Die sind echt schlecht drauf, die Jungs hier. So, ich bin hier noch wegen den Sachen, die ich hier gefunden hatte. Warum? Warum kann ich da nicht ran? Guck mal. Hier. Da? Aber da komm ich auch nicht ran. Weil uns immer noch die Dinger fehlen. Hallo, kleines Mädchen. Ja, das war die Tochter. Oh! Nee. Ey, ich hab die doch die ganze Zeit... Ich wusste doch, dass ich die Uschi die ganze Zeit gehört hab. Und auf einmal ist sie da, ne? Ja, so kann es gehen. Sag mal, wo waren das ganze Kraut und Zeugs und so, was ich hier gerade gesehen hab? Pilze sind gut. Pilze nehm ich mit. Ba-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Na? Hier ist nichts mehr Pilze da, okay. Ich gehe... Weißt du, was ich mache? Ich gehe a Tunnel. Ich gehe a Tunnel. Und ich habe doch gesagt, wir brauchen sehr viel Munition. Und übrigens, doch, natürlich, dass wir lange mit den Lauf-Dingsfeuer bumsen. Hahaha, du blöder Kopf, äh, du blöder Kopf, ist auch nicht schlecht. Du blöd Kopf, das wollte ich sagen. Ja, okay, wir sind genauso wieder da, wo wir vorher waren. So! Können wir hier machen, Mai? Oh, guck mal hier, gleich direkt hier, da. Ne, mit, Grazion. Und nochmal Pilze. Da können wir geilen Shit in der Baseball und davor, ich mich total... Wir haben auch Gemüse gehabt, ey, guck mal, was haben wir denn? Ach, guck mal, unsere Kochstation. Und was ist das? Was ist das hier? Oh ja, ist ja gut. Ey, ich habe mal ein paar Kuhläufer gelernt. Oh, scheiße. Ich will nichts liegen lassen, definitiv nein. Definitiv nein. Äh, was ist der... Achso, das ist immer noch unsere Kochstation. Was müssen wir kochen? Gar nichts. Okay. Strahlungskrankheiten vielleicht mal. Haben wir noch was gegen Strahlungskrankheiten? Oh! Guck mal, und dann können wir auch wieder unsere Suppe trinken. Pass mal auf. Wir nehmen noch mal was gegen Strahlungskrankheiten. Guck mal, und dann, weißt du was, man spielt das Spiel halt durch. Und dann ergibt das erst alles einen Sinn, ne? Das ergibt mir so oft bei Spielen. Pass mal auf, was ich meine. Wir müssen noch Heilungskrankheiten. Guck mal, und auf einmal kann ich mich heilen, wie Sau. Ne. Doch. Nein, kann ich heute mehr am Start. Oh, scheiße. Okay. Aber es wird gut, es wird gut, es wird alles gut. Nichts, ähm, passiert hier ohne Grund. Ja, ist okay. Igor, du weißt genau, was ist zu tun. Was wir müssen machen. Ich kann keine höhere Musik. Es wird... ...eine Stochlöcher. Es wird ein Ratten. Ja. Das kriegen wir hin. Aber diese Summe ist ziemlich gruselig jetzt, ne? Ich habe ein Gefühl, dass es nicht gut ist hier. Nehmen wir mit, diese tote Ratte. Damit können wir eine leckere Ratte-Boggon. Oh, Vorsicht. Wo, wie kann ich mein Tarn-Dings denn einsetzen, hier? Das sind also Ratten, Konink. Es sind einfach normale Soldaten. Und hier... Na ja. Ich gehe auch gleich in Deckung, hier Penner. Jetzt macht er dich schon zu lang. Komm raus. Und zeig dich. Ich bin ganz in der Nähe. Kannst du mich sehen? Ich versuche mich weg reinzupissen. Aber... Ich habe nichts schlechteres gewissen bei so etwas. Aufregend. Scheiße, das ist die Motivation der von meiner ARK, ne? Mist. Ich stelle mir einfach vor, tatsächlich sind es Essensrationen, die Ratten. Ich glaube es jetzt nicht. So, vielleicht. So viele Ratten. Kann nicht sein, wie viele Essensrationen diese verkackten Ratten sind, ey. So, wir haben hier noch ein Fragezeichen. Sollen das Fliegen sein, oder was? Ich weiß es nicht. Das müssen wir beim nächsten Mal ein bisschen geschickter machen. Das spart ein bisschen mehr Munition. Aber ich wünsche mir den Ratten-Konig auf meiner Seite. Boah, guck mal hier. Das allein schon lockt mich, ne? Wenn ich hier schon Items sehe, bin ich sofort am Start und vergiss alle die bösen Gegner, die hier sein könnten, um mich zu töten. Oh! Ach, das ist das wieder mit den, mit den Kollateralschaden, ne? Boah, guck mal, was für Items-Scheiß hier alles rumliegt, Mann. Ernsthaft, ist, ist, ich meine, ist gammelt, ne? Und wir so, mhm, ja, lecker! Oh! Okay. Wow, Digga. Oh! Aber was könnte uns gesehen haben jetzt? Das schießt auf jeden Fall schon mal nicht. Okay. Weil es sich transformieren wird. Ich seh es nicht, Mann. Bin ich so blind, oder was? Wie geil, das ist jetzt ein bisschen gruselig, ne? Haben wir Granaten? Scheiße, ey. Ich bin so blind, ey. Hey! Ich bin hier! Hey! Hey, du da! Bitte! 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 Ich bin hier nicht einfach. Ich erzähle dir, was du hier machst? Ich habe nichts. Ich habe mich nicht mehr verletz. Ich habe mich überlebt. Ich habe mich auf den Weg gebracht. Er sagte, dass ich mich als eine Brille für ein чудes. Bitte, hilf mir! Ich will nicht so sterben! Ich liebe es, wenn die Leute benutzen, wie eine Bremse. Warte mal kurz. Jetzt werde ich dich lösen. Danke dir. Ich werde das nicht vergessen. Okay, Hauptsache, du schießt mir jetzt nicht in den Rücken oder so ein Scheiß, ne? Ja, du bist weg und bleibst hier, Alter. Ist auch nicht schlecht. Scheiße, wie kommen wir hier wieder raus? Wir sind ja so ein verkacktes Loch hier reingesprungen. Ja, da kommen wir nicht rein, das ist echt blöd. Ja, ist mir schon klar, habe ich gesehen. Aber geht es hier denn nicht weiter, wenn wir hier nicht... Okay. So, jetzt aber. Wieder sehr friedlich alles. Schön. Ihr sniert friedlich. Oh, das sind viele, Digga. Aua! Aua! Oh, đây! Ich häng fest. Ich häng verdammt noch mal fest. Immer so unnötig, weißt du? Aber keine Suppe mehr, verdammt. Fliege. Weg, weg, weg. Wo ist dieser Pimmelberger? Oh, scheiße. Wo ist meine Knarre? Wo ist der? Zwei, eins. Oh, Medikit. Ja. Oh, Mann, du. Was ist er denn? Das ist der Rattenficker hier. Aber erstmal will ich Items einsammeln. Komm. Hopp, hopp, hopp. Warte, wir werden gerade beknackt in der Birne. Noch mehr. Da brauchen wir ein bisschen noch was für, ne? Also, ich muss sagen, das ist die aufregendste Folge, die wir jeweils hatten, ne? Was ist denn jetzt? Habe ich wieder psychisch einen Matsch am Paddel? Oh, der wollte ein Grab bauen. Meint er damit vielleicht... Ne, 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 mit dir will ich jetzt gerade nicht sappeln. Meint er vielleicht wirklich diese, diese NAR als Monster? Oder heißt sie... Ja, okay. Was ist los? Er hat tatsächlich die... Warte. Bitte ihn dich anzuschließen, klar. Also, ich versuche es, alles richtig zu machen. Natürlich. Ich versuche es, Mischonok. Wenn der große Krösserlösch dich auf den Himmel schreibt, muss er auf den Weg gehen. Okay. Sehr gut. Dann haben wir jetzt wirklich alle möglichen Verbindungen oder Koalitionen, die wir eben halt machen können, jetzt tatsächlich gemacht. Die Olga wird sich uns niemals mehr anschließen, weil das Thema hat sich erledigt wegen ihrem Typen, den wir abgeknallt haben. Kann ich nicht verstehen. Ich glaube, die ist auch ein bisschen... Das ist ja auch ein bisschen... Das nimmt sie auch echt kleinlich, ne? Also, ehrlich. Sie wäre sowieso besser dran ohne ihn. Vielmehr mit uns. So, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt wirklich uns... Alle möglichen Leute, die da sind, haben sich uns angeschlossen. Das haben wir gut gemacht. Alter, das war aber auch aufregend, ne? Wir waren in Tod. Sehr, 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 sehr. Das muss ich schon sagen. Können wir mal gucken, ob wir uns gleich irgendwas abenden können und dann was zusammenbauen können oder wie auch immer? Was? Wie er einfach weiter zappelt, ne? Frag nach das Spieluhr. Klar. Das war's. 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 Während des Gesprächs. Okay. Es war's. Es war's. Okay. Lass uns mal das alles sehen, was wir machen konnten. Habt seid ihr erfolgreich gewesen. Oliver. Super. Ja. Na super. Ja, sehr gut. Und er gehört zu uns. jetzt dazu. Dafür hat sich jeder eine doppelte Essensration verdient. Ja. Gut. Jetzt haben wir tatsächlich richtig viele Leute dabei, um einen Überfall zu starten. Wir haben... Ja, es fehlt eigentlich echt nur Olga, ne? Aber wir haben den Rattenkönig. Hätte ich beinahe gesagt. Wir haben... Den. Wir haben den. Wir haben den. Das könnte klappen. Alleine würden wir das niemals schaffen. Und wir können unser Süpfchen kochen. zweimal. So viel hatten wir sonst nie gebraucht, ne? Sollen wir Motivation nochmal herstellen? So, sehr gut. Wo ist denn dieser Vollpfosten hier? Ähm... Nochmal schnell mit der Waffe ausrüsten. Mir egal. Oliver. Wo ist diese König Errate? Wo ist denn der Achter? Okay. Zu wenig Betten. Okay. Dann wissen wir genau, was wir zu tun haben. Sieht seine Ausrüstung an. Okay. Ich gebe ihnen einen Revolver. Was ist denn das? Ich weiß gar nicht, welcher welcher Revolver ist. Aber egal. Der kriegt den jetzt selber. Wow. So viele AKs haben wir hier noch. Ich wollte ihnen eigentlich eine Ausrüstung geben. Einen Anzug oder sowas. Da hier. So ein Tanding. Ich habe es auch noch genügend. Sehr gut. Und jetzt bauen wir nochmal ein Bett neben dem Schlott auf. Schlott. Hier nicht. Moment, was ist hier los? Warum ich nichts können in Betten bauen hier? Da ist das Bett. Ich wollte es eigentlich hier hinstellen, so partnermäßig oder so. Voll süß. Hier wäre so auch so nett, ne? So ein Bett. Ein Bett wäre nett. Wenn die aus dem Bett fallen, dann ist richtig was los. Hier so. Oh! Oh nein! Aber er wollte es da hinstellen gerade. Habt ihr es gesehen? So wie ich das vorhatte? Ich kann ja nicht springen. Im Baumenü kann man nicht springen. Nicht schon wieder. Oh, Kind! Mörder! Warte mal, ich finde aber das Bett total kacke. Warte mal. Warum soll er so ein super bequemes Bett kriegen, ne? Sehr gut. Jetzt haben wir Betten genug. Ja, jetzt haben wir es. Basis ist bequem. Sehr gut. Ach, halt deine Klappe. Das war's für heute. Und du kannst mich... Nein, ich will nichts. Ich will jetzt einfach... Nur gleich jetzt, ich kann es nicht. Genau. Das erste Mal, glaube ich. Aber erst mal werde ich harmlich ohne euch versuchen, meine Fertigkeiten zu verbessern. Also, wir sehen uns nächste Folge. Tschüss.